Ich bin da! Oh, die sind auch da. Aber wir sind besser vorbereitet. Wir kennen uns mit dem Tod aus. Der ist doch irre! Ich mach den jetzt tot. Tod, hab ich gesagt. Das ist der Gegenteil von Tod. Sieht sehr lebendig aus. Ninja! Ich wollt grad sagen, neuer Zombie. Der ist ja total lilla. Aber es war bloß ne Blendung. Die ist ne Blenderin. Die scheinen ganz aufwärig zu sein. Haben wohl selten Kundschaft. Hallo? Moment mal, sollte ich andersrum sein? Sollten die nicht Hallo sagen?